Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Silvio. Wir haben letztes Mal ja ein bisschen länger gebraucht, bis wir den Nebel und alles hier durchforstet hatten. Moment. Lieber wieder so, nicht dass wir irgendwo wieder eine schwarze Kugel haben, die uns jagt. Ich hab mir Munition geholt, sicher ist sicher. Jetzt holen wir uns noch dieses Zettelchen hier. Ich wollte es eigentlich fertig machen, aber ich dachte, das dauert dann rummutlich doch zu lange, bis wir alles haben und das Kapitel beenden. Deswegen jetzt eben das Ende von dem Kapitel. Wer weiß, was da jetzt noch alles kommt. Da ist auf jeden Fall fünf. Hier scheint aber nichts Gefährliches mehr zu sein. Jetzt haben wir den... This must be a combination for the signal lamp. Okay, dann haben wir das jetzt. Wir haben hier... Ja, hier ist nämlich wieder so ein schwarzes Ding irgendwo. In ein paar Metern Entfernung. Wo ist es denn? Wo bist du? Hier irgendwo sollte was sein. Oh, okay. Sie weiß nicht, wie sie heißt. Mal gucken, was für geheime Informationen wir da rausziehen können. Feeling stiff, Bobby. Fühlst du dich steif, Bobby? Why are you still here? Why are you still here? I don't know. Seance unknown. Warum bist du immer noch hier? Ich weiß es nicht. Aber am Anfang war was. Das war auf jeden Fall viel zu schnell. Okay. Wir sind alle Statuen hier unten. Was meinst du mit unten? Hölle? Okay, das scheint es aber schon gewesen zu sein. Car. Blink. Ich hole mal da hinten ein Ding. Was auch immer es ist. Also das Stück von der Melodie. Ich bin gespannt, was es damit eben auf sich hat. Ich glaube, wir kommen noch mal ins Hotel zurück. Denn im Hotel stand ja ein Klavier. Das wir benutzen konnten. Ich dachte gerade, das wäre wir. Aber wir haben noch mal so ein Ding übersehen. Oder bin ich gestorben und habe da irgendwas nicht mitbekommen. Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen zu lang geworden, wenn wir das noch alles in der letzten Folge gemacht hätten. Dann wäre das doch ziemlich in die Überlänge gegangen. Und ich weiß sowieso nicht, wie lang Silvio ist. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Kapitel wir hier haben. Aber da muss noch einiges kommen, was Erklärung angeht. Denn ich habe keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht. Absolut keine Ahnung. Okay. So. Und natürlich fehlt uns auch alles Mögliche noch. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu dem Blink. Also zu der Leuchtanlage. Und schauen mal, dass wir da... Ich denke immer, dass dieser Lampenschirm so eine schwarze Kugel ist. Und ich behalte jetzt mal hier das Mikrofon draußen, weil ich ein bisschen befürchte, dass doch noch irgendwas kommen könnte. Ich bin gespannt. Wem wollen wir Lichtzeichen geben? Ich meine, irgendjemand ist hier. Irgendjemand ist hier, aber... Das war übrigens falsch. Lang, lang, kurz, lang, lang, kurz, lang, lang. Lang, 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 lang. Next Level. Next Level. Okay. Dann werden wir uns mal in den nächsten Level begeben. Und ich werde jetzt mal eine ganz, ganz kleine Aufnahmepause dann machen. Also nicht wundern, sobald wir im nächsten Level sind, wird es dann neu starten. Denn ich muss erst mal gucken, ob hier alles geklappt hat. Das wäre super schade, wenn nicht. Und ich brauche einfach auch mal ganz kurz wieder irgendwas anderes als gruselige, rot benebelte Wälder. Mit irgendwelchen Rätseln. Der nächste Level, der startet, wenn wir in unser Auto einsteigen. Ja dann. Los geht's. Ich will nur noch sehen, wo wir hinkommen. 11 p.m. Natasha Aker. Okay. Dann sehen wir uns. Es ist mitten in der Folge, beziehungsweise so ein kleines Stückchen davon hat schon angefangen. Wie gesagt, ich mache jetzt mal eine kleine Aufnahmepause. Und dann sehen wir uns wieder. Hallo Auto. Hinten ist wieder zu. Das freut mich jetzt nicht so sehr. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Oder beziehungsweise, nein, wir sehen uns nicht das nächste Mal wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Für mich in der nächsten Aufnahme. Für euch. Sofort. 11 Uhr. Natasha Aker. Oh, ich bin so gespannt. Wo sind wir jetzt und was werden wir tun? Okay, wir sind... Da ist unser Auto. Jetzt muss ich mich gerade erst wieder in die Steuerung reinfuchsen. In dieser Richtung ist was Spannendes. Aber wir gucken uns erst mal ganz kurz hier noch um. Da vorne war das Eiscreme. Eiscreme vor allem. Das Eis... Die Eiscreme-Hütte, wo auch dieser... Ist hier noch irgendwas? Ich habe das Gefühl, ich höre noch irgendwas. Aber ich glaube, das sind nur die Hintergrundgeräusche. Das ist auf jeden Fall nicht die Hütte, das ist nur das Schild davon. Ja, in die Richtung geht es weiter. Dann gehe ich mal zu unserem Auto zurück. Wir können ja damit fahren. Und dann folgen wir dem Signal weiter durch diesen unheimlichen roten Nebel. Ich habe übrigens in der Zeit, wo ich jetzt nicht aufgenommen habe, ich habe mir wirklich überlegt, was hier vorgefallen sein könnte. Das ist so unheimlich. Okay, wir wollen mal schauen. In dieser Richtung irgendwo. Theoretisch müsste hier auch irgendwo diese Krähe fahren. Fliegen mal nicht. Ich rede gerade solchen Unsinn. Ich habe sie da vorne gesehen. Ich möchte nicht so schnell machen, weil wir haben ja am Anfang gesehen, es gibt hier immer wieder Orte, die interessant sein könnten. Und ich will ehrlich gesagt keinen verpassen, nur weil wir da vorne sind, auf jeden Fall Hütten. Und das könnte schon unser Ziel sein. Ah, nein, doch eher nicht. Ja, äh, hallo? Ich glaube, wir rollen gerade den Berg wieder ein Stück runter. Okay. Ich steige hier einfach mal kurz aus. Äh, nein, ich wollte eigentlich gerade... Gerade gar nicht. Ich wollte eigentlich nur aus dem Auto aussteigen. Ja, hier höre ich doch was. Eindeutig. Ja, in der Richtung natürlich. Aber auch hier ist irgendwo was. Hier ganz in der Nähe. Nicht erst bei der Hütte. Wenn ich das... Wenn ich das... Wenn ich rausfinden könnte immer, wo das genau ist, ne? Das macht mir ein bisschen wagen. Vielleicht ist es auch doch die Hütte schon. Laute Stille. Nein, Sirens. Laute Sirenen. Okay. Es war also doch nicht an der Hütte. Ich habe es mir nicht eingebildet. Das beruhigt mich gerade so ein bisschen. Auch wenn es mich andererseits wieder beunruhigt. Habe ich eigentlich meine Waffe noch dabei? Ja, ich habe unsere Kartoffelkanone noch. Das ist immer ganz beruhigend, dass man sich wehren kann. Und ich habe anderen davon erzählt, wie unheimlich ich dieses Spiel finde. Und ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier keine Jumpscares haben. Ich glaube, das wäre mein Ende. Ich habe das Gefühl, hier ist auch noch mehr. Vielleicht, wenn wir hier... Ich konnte nicht crouchen. Ich konnte nur... Das heißt, ich komme hier nicht rein. Zumindest nicht an der Stelle. Ist hier irgendwo eine andere Stelle, wo ich reinkomme vielleicht? Habe ich vielleicht einfach aufs Dach? Ist hier oben was? Nein, eher nicht. Okay, vielleicht ist es eine andere Hütte. Unser eigentliches Ziel ist da drüben. Ich würde dann erstmal kurz zu diesen Hütten gehen, die nicht unser Ziel sind. War ich hier nicht schon mal? Das sieht aus wie das, wo ich ganz am Anfang schon mal gewesen bin. Erinnert ihr euch? Ihr erinnert euch bestimmt. Das war auch in so einer Hütte. Auch mit einem Bagger davor. Heißt das jetzt, wir fahren gerade wieder zurück? Okay. Also manchmal, wenn ich den Nebel so sehe, denke ich, da ist irgendwas. Hier ganz in der Nähe ist wieder... Was war das jetzt? Habe ich jetzt versehentlich... Okay. Das wollte ich gar nicht. Hier ist irgendwas in der Nähe. Es macht mich wahnsinnig, wenn ich es immer nicht finde. Vielleicht muss ich eher hier... Na, geht da hoch. Vielleicht eher... Warte, hier war doch irgendwo was. Es macht mich wahnsinnig. Es ist versteckt, It's Hidden. Und wir sollten uns immer auf unsere Ohren verlassen. Hier gibt es so viele Stellen, wo wir Geister aufnehmen können. Die man wirklich nur findet, wenn man ein bisschen danach sucht. Und es lohnt sich, finde ich. Das sieht interessant aus. Aber ich würde wirklich gerne wissen, ob das das ist, wo wir am Anfang gewesen sind. Und wenn ja, ob wir dann hier jetzt gerade neue Sachen hören. Also ich meine, wir hören hier definitiv neue Sachen. Aber ich meine, ob wir vielleicht einfach nur was übersehen haben beim ersten Mal, als wir hier waren. Und das alles sowieso schon längst hätten mitbekommen können. Oder ob das vielleicht wirklich ganz, ganz neue Dinge sind. Wie komme ich denn hier wieder weg? Hier drüben. Okay. Wir könnten uns auch zu dem Punkt aufmachen, wo wir tatsächlich hin sollen. Okay, wir waren hier glaube ich noch nicht. Daran würde ich mich, ich glaube, erinnern an dieser Tanks. Es sieht eher aus wie so ein Tank. Komm ich auch noch wieder raus? Hallo? Ich würde hier gerne wieder rauskommen. Hallo? Nein, bitte. Oh Gott sei Dank. Nein, nein, nein. Juliette, Juliette. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Springer hoch. Springer hoch. Dankeschön. Gott sei Dank. Ich dachte gerade schon, wir wären festgepackt. Das Haus ist es auch nicht. Aber ich möchte das gerne untersuchen. Nur von der anderen Seite vielleicht. Hier ist wieder ein Regal, wo wir was lesen könnten. Hier waren wir definitiv noch nicht. Das sieht dem vermutlich nur ähnlich, denn vielleicht... Okay, wir hatten also keine wirkliche Munition in unserer Waffe. Aber hier ist nichts weiter. Noch nicht. Wir hatten das auch schon, dass wenn wir ein Buch gelesen haben, dass dann plötzlich Informationen... Im 16. Jahrhundert während der europäischen Konol... Konolisi... 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 Als die Siedler nach Amerika kamen, so gab es eine italienische Gruppe von Siedlern, die einen Konflikt mit einem Stamm amerikanischer Ureinwohner hatten. Die Siedler umrundeten das Dorf und brannten es bis auf die Grundmauern nieder oder... Ja, Grundmauern sind ja Zelte gewesen. Und haben dabei über 100 Familien ermordet. Die anschließend, die kommenden Generationen glaubten, dass der sie umgebende Wald verflucht sei. Und für Jahrzehnte blieb er unberührt. Oh. Heutzutage ist Sajinav bekannt als einer der schönsten und naturreichsten Wälder der Welt. Also hier wurden amerikanische Ureinwohner von italienischen Siedlern abgeschlachtet. Ich habe so eine Vermutung, was hier los ist. Wo waren wir noch nicht? Ich laufe hier noch mal ein bisschen rum und folge dann meinem Gehör. Das führt uns zu dieser Hütte. Ne, führt uns nicht zu dieser Hütte. Das heißt, hier können wir noch mal... Hier war ich schon drin. Hier hatte ich schon reingeschaut. Oh, diese unheimlichen Geräusche immer. Vielen Dank, liebe Entwickler, dass hier keine Jumpscares drin sind. Ich glaube, sonst fände ich das ganz furchtbar mit diesem roten... Da waren mal... Das sieht... Ist da Licht drin? Oh, das sieht so unheimlich aus. Nein, 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 da gehen wir noch nicht hin. Ich gehe erstmal hier in diese Hütten. Und ich fange mit der hier an und arbeite mich dann zu unserem Ziel vor. Aber zuerst mal schauen wir uns diese hier an. Ne, warte mal. Hier habe ich vorher versucht, reinzukommen. Dann fangen wir jetzt mit der hier an. Immer auf der Suche nach neuen Dingen. Und ein bisschen Munition. Die ich direkt wieder verschwende. Sehr schön. Also, heute habe ich es echt noch nicht so drauf mit dem... Sinnvoll Vorgehen. Oh Gott. Glaubt ihr eigentlich an Geister? Warte, das ist... Nein, das ist... Da kann ich nichts mit machen. Die Frage mag ein bisschen albern klingen. Aber ich denke mir immer so, ich schließe nichts aus, bevor mir nicht das Gegenteil bewiesen wurde. Ich will nicht ausschließen, dass es nicht Dinge gibt, die wir als Geister wahrnehmen. Da unten ist ein Bücherregal. Ich möchte da rein. Da kommt man bestimmt... Von der Seite kommt man rein. Ich möchte nicht... So. Ich habe es ganz vorsichtig. Jetzt wechseln wir wieder auf unser Mikro. Ich möchte nicht ausschließen, dass es nicht Dinge auf der Welt gibt, die wir uns momentan nicht erklären können. Und die wir deswegen als Geister abtun. Das kann totaler Schwachsinn sein und überhaupt nicht wahr. Aber ich denke mir einfach, es gibt so viele Geheimnisse auf unserer Welt. Vielleicht ist das, was wir als Geister empfinden und als Geister wahrnehmen, letztlich einfach zu erklären. Okay. Kinder aufwecken, Frühstück im Garten. Changing of Nightmare. Sehr wahrscheinlich wird dann... Also kümmert sich tagsüber die eine Nanny um die Kinder und dann ab 18 Uhr die andere. Den Kindern ist es nicht erlaubt, im Wald zu spielen. Sie müssen die ganze Zeit drin gehalten... Also drinnen bleiben. Und Kinder, die widersprechen, werden bestraft. Don't forget... Ich vergesse nicht, die Lieder zu singen am Ende des Tages. Am besten während des Schichtwechsels. Und es gibt eine kleine Kritzelei am Boden. Das Blut des Nebels ist in meiner Haut. Und ich glaube aber, das hatten wir schon mal. Macht es jetzt nicht besser, muss ich sagen. Macht es jetzt echt nicht besser. Nein, da komme ich nicht raus. Okay, dann hier. Und das hier müsste jetzt das Haus sein, glaube ich, in das wir rein müssen. Ist es das schon? Ne, es ist erst das nächste, glaube ich. Aber hier ist auch wieder ein Bücherregal, das wir theoretisch noch nicht gelesen haben. Ich hole mir hier ganz schnell nochmal... Ich habe hier doch ein Bild irgendwo gesehen, oder? Hier war doch eben eins. Da ist es. So, ganz vorsichtig. So. Und dann lesen wir mal, was wir hier erfahren. Okay, das kennen wir jetzt tatsächlich schon. Sind wir dann vielleicht wirklich wieder da, wo wir am Anfang gewesen sind? Also, der Geschäftsmann aus Ohio hat in den 1950ern das Land gekauft und dort diesen Park gebaut, der sich an Mittelklassefamilien aus den umgebenden Staaten richtet. Sadina stammt aus einem alten Lied der Ureinwohner, wo es um einen uralten Fluch geht, der dieses Land hier befallen hat. Und es übersetzt sich ungefähr in einem Pouring Out Mouth, also einen Schlund aus Schwein oder sowieso. Und in alten italienischen... Ah, deswegen das Italienisch, wegen den italienischen Siedlern. Silvio. Der in den Wäldern lebt. Jetzt macht das nochmal viel mehr Sinn. Und jetzt gehen wir auch tatsächlich da hin. Gut, dass wir nochmal alles untersucht haben. Und so setzen sich nach und nach die Stücke zusammen. So ist jetzt mein Ziel. Da. Wieso ist das da hinten? Hä? Ich bin gerade ganz irritiert. Habe ich die? Aber hier war ich doch schon. Und ich dachte, ich müsste hier in dieses eine Haus. War das vielleicht das hier, wo ich da... Ah, das war hier, wo ich dachte, ich müsste in das Haus. Aber das war nur ein Bild. Okay, dann gehen wir ein Stück weiter noch. Die paar Meter gehen wir zu Fuß. Bis ich da jetzt wieder beim Auto wäre. Das würde noch länger dauern. Glaube ich. Was ist? Also das ist hier die Textur des Bodens. Und hier wird sie plötzlich anders. Definitiv anders. Warum? Wieso ist hier das so komplett anders? Das sieht eher sandig aus. Das ist eindeutig diese Richtung. Mehr hier so. Ich gucke mich immer wieder um für den Fall, dass links und rechts von unserem Weg vielleicht irgendwas ist, was wir noch untersuchen können. Also nicht wundern, bitte. Okay, da vorne. Ah, das muss die Stelle sein, wo es diesen Erdrutsch gegeben hat. Und das sind diese halb verschütteten, das sind halb verschüttete Autos, die vermutlich unter hart gewordenem Schlamm begraben sind. Oder die Stelle von Bobbys erster Aufzeichnung. Wann wurdest du geboren? Wann wurdest du geboren? 1965. Und natürlich können wir das hier weiter untersuchen. Da sind auf jeden Fall noch Geheimnisse drin. Oder die beste Mutter vielleicht. Also die Nummer eins der Mütter, wer weiß. Okay, also wann wurdest du geboren? 1965. Im Dorf. Mutter Nummer eins. Vielleicht, dass sie das erste Kind war, das geboren wurde. Also praktisch von der ersten die Mutter wurde. Oder es ist was ganz anderes. Wir haben sie nicht nach ihrem Namen gefragt. 1965. Ich habe erst an die Siedler gedacht, aber das ist ja viel, viel später. Ich muss jetzt mal gucken, wo es eigentlich weitergeht. Ah, da drüben ist wieder eins von diesen Pianopieces. So, es setzt sich langsam zusammen. Und ich frage mich wirklich, was es mit diesen Sachen auf sich hat. Okay. Bevor wir dahin gehen, nehme ich das Auto. Einfach damit wir... Das ist jetzt erstmal länger, aber... Ey, dafür können wir gleich fahren. Es ist so unheimlich. Oh, diese Geräusche. Ich weiß nicht, wie gut man sie nachher noch hört, denn... Durch das Rauschen des Mikros muss ich es doch ein bisschen leiser machen. Aber es ist total unheimlich. Und wie gesagt, ich bin jetzt niemand, der sagt, ja, Geister, es gibt spukende Orte. Aber ich glaube daran, dass es Dinge gibt, die wir uns vielleicht nicht erklären können. Also, kann ich da bitte wieder raus? Nein, ich komme hier nicht mehr raus. Warum komme ich hier... Ich schaffe das noch. Moment, Moment, hier. Ich kriege das denn... Ich kriege das irgendwie... Juliet, mach keinen Scheiß. Hallo? Oh, nee. Ich bin jetzt... Ich stecke jetzt hier nicht... Das schaffe auch nur ich. Ehrlich. Ah, komm schon. Ja, komm da raus. Komm da raus. Komm da raus. Vielleicht wenn ich rückwärts gehe? Wie komme ich denn hier nicht raus? Sag mal. Ich, ähm, hallo? Ich komme da gerade nicht raus. Weil ich nicht aufgepasst habe, wo ich hingelaufen bin. Und ich rutsche immer wieder runter. Vielleicht auf der Seite komme ich hier raus. Ja, komm, komm, komm. Ja, 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 komm noch ein Stückchen, Juliet. Sonst muss ich kurz neu laden. Und, ähm... Ich weiß leider nicht, wo der letzte Safe-Speicherpunkt war. Es hat ein automatisches Speichersystem. Jetzt... Ja, ja, ja. Komm raus, komm raus, komm raus, Juliet. Komm raus. Okay, wisst ihr was? Ich, äh, ich gucke mal, dass ich hier schnell rauskomme. Das hat ja sonst keinen Wert. Oder? Ah. Ja. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mich hier erstmal kurz rauskämpfen. Ich glaube, ich muss... Ich muss nochmal laden. Moment. Ich musste gerade den Level nochmal neu starten oder den Abschnitt hier. Und da habe ich das entdeckt. Ich kling mich nur ganz kurz ein, um hier das aufzunehmen. Denn das haben wir vorher nicht gefunden gehabt. Endless. Endless. Laut Sirens hatten wir gefunden. It's hidden. Das heißt, ich muss die Sachen nachher nicht nochmal alle abgehen. Und dieses... When were you... When were you born? Also, wann wurdest du geboren? Das haben wir auch schon. Ich dachte jetzt wirklich nur, ich steige ganz kurz aus, weil ich eben das hier gesehen habe und wir das vorher nicht hatten. Und jetzt steige ich wieder ins Auto, bis wir an unserem Ziel sind oder bis ich wieder was Interessantes finde. Und da sind wir auch schon. So. Einmal bitte aussteigen. Scheinbar haben wir einfach den Abschnitt eben übersprungen, wo wir bei diesen Hütten nochmal waren. Da wir den schon hatten, da muss es irgendein Checkpoint gegeben haben, aber geladen haben wir eben wieder am Anfang des Levels. Vielleicht sind wir auch deswegen über diese eine Hütte da, über diese verfallenen Dinger gestolpert, weil... Oh je, oh je. Arabe? Herr Krähe? Haben Sie etwas zu sagen? Nein? Na gut. Weil wir da schon mal... Weil wir einfach von einem... Ach du hier. Von einem anderen Winkel aus vielleicht angefahren sind. Na, ich traue mich gar nicht zu gucken, wie viel hier ist. Lieber nicht. Also hier müssen wir rein. Ich weiß nur nicht, ob wir... Okay. Ich würde mich erst einmal kurz so rund um das Gebäude umschauen wollen. Was haben wir hier? Da ist ein altes Fahrrad drin. Oh! Ja, ein paar Meter nur noch. Und ich würde fast sagen... Ich tendiere fast dazu, dass wir erst in der nächsten Folge hier reingehen. Ich finde das alles immer so unheimlich mit diesem Nebel. Kann ich eigentlich an meinen Kofferraum? Nein, kann ich nicht. Okay. Das heißt, das hier ist vermutlich ein Level, der eher friedlich ist und wo es eher keine riesengroßen Gegner gibt. Glaube ich. Ein paar Meter hier rein. Ja, wisst ihr was? Wir gucken uns das das nächste Mal an. Denn ich weiß natürlich nicht, wie lange es dauert, sich dieses Gebäude hier anzugucken. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr heute dabei gewesen seid. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen gestückelt habe, dass es ein bisschen auseinandergerupft war. Aber ich bin wirklich nicht mehr aus diesem komischen Loch rausgekommen, in das wir reingefallen sind. Gut, dass das Spiel regelmäßig den Vortritt speichert. So sind wir dann... Warte mal, ist da... Noch irgendwas hier? Nee, hier ist wirklich sonst nichts. Okay, hier ist sonst nichts. Gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder an dieser Stelle, wenn wir uns dieses seltsame Haus hier anschauen. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Begegnet kein Ge... Kein Geistern? Begegnet kein Geistern? Ah, was war das denn gerade eben? Mir ist gerade eben der Windows-Update-Bildschirm ins Bild gesprungen. Ich hoffe jetzt, der hat mir jetzt hier nicht alles kaputt gemacht. Ja, noch ein guter Grund, aus dem ich jetzt hier eine ganz kleine Pause mache. Macht euch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Legt euch nicht mit Geistern an. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal bei Silvio wieder, wenn es dann ohne Unterbrechung einfach weitergeht. Bis dahin. Bye-bye.